Herzlich willkommen zu dem Tutorial HTML und CSS. Mein Name ist Friedrich Weiz. Wir hatten uns das letzte Mal mit den Listen beschäftigt, auch das vorletzte Mal schon. Und ich möchte euch jetzt in den folgenden Videos mal so ein bisschen, ja nicht ein bisschen, sondern ich möchte euch zeigen, wie man mit den Listen wirklich schöne Sachen machen kann, wie man gestalten kann, wie man so eine gewisse Interaktivität auch damit herstellen kann, was man nicht nur mit Listen kann, sondern auch mit ganz normalen Elementen. Aber bei Listen kann man es besonders schön zeigen. Und ich möchte euch gleichzeitig auch schon mal in das Konzept der Selektoren und der Vererbung einführen. Das hatten wir jetzt die ganze Zeit schon im Hintergrund, also es ist im Prinzip gar nichts wirklich Neues. Aber da steckt noch ein ganz machtvolles Instrument von CSS dahinter. Und das möchte ich euch schon mal in gewissen Grundzügen zeigen, sodass ihr dann schon mal seht, okay, das kommt auch noch ausführlicher in diesem Kurs. So, und wir fangen jetzt, oder ich zeige euch gleich mal, was man so alles machen kann. Wir hatten ja hier, Moment, das muss ich jetzt erst mal ein bisschen wieder auf unsere Größe zusammenstutzen, hatten ja hier unsere Textseite mit den Listen und das sieht von oben nach unten, naja, also relativ dröge aus. Man kann es lesen, man kann es akzeptieren, aber es wäre doch schöner, wenn das Ganze hier ein bisschen anders aussehen würde. Und das habe ich jetzt schon mal hier euch vorgemacht und habe aus der Liste, hier oben ist noch zunächst der ganz normale Text und auch unser ganz normales Zitat. Aber die zweite Liste, die sieht jetzt anders aus, die hat also nicht mehr hier dieses 1, 2, 3, 4, 5, sondern eben A, B, C, D, E, ist farblich hinterlegt, farblich abgesetzt und ihr seht, wenn ich da drüber fahre mit der Maus, dann verändert sich die Schrift, die wird dick und wird ein bisschen röter und wird dadurch zu einem Blickfinger. Sinnvollerweise müsste das dann auch noch mit einem Link verknüpft werden, das ist auch ganz einfach, das werden wir später nochmal bekommen, mit einem Link verknüpft werden, wo man dann auf die entsprechende Seite kommt, wo dann etwas Neues dargestellt wird. So, das ist das Erste. Dann die unmarkierte oder ungeordnete Liste. Da habe ich die Punkte hier, die habe ich ersetzt durch solche kleinen Bilderchen und wenn man da draufklickt, dann seht ihr, ändert sich das Bild in ein Herzchen und ich habe hier hinten ein bisschen was dazu geschrieben, was dann irgendwie das erläutern soll, aber das Hauptsächliche, also eben die Zutat selber, die wird jetzt fett gedruckt und dann auch noch in einer anderen Schrift, genauso hier. Das ist das, was ich euch auch noch zeigen werde und schließlich habe ich hier unten die Definitionsliste, die habe ich farbig unterlegt, habe das ein bisschen eingerückt, die Definition selber oder das, was definiert wird. Hier auf der einen Seite gibt es dann Strich, der das Ganze zeigen soll und ich habe ein Bild noch mit reingelegt und den Schrifttyp verändert. Gut, das ist das, was ich euch zeigen möchte. Eine Sache habe ich eben noch vergessen. Hier bei der geordneten Liste gibt es zwischen den einzelnen Teilen oder den einzelnen Beiträgen, gibt es eine gepunktete Linie und die habe ich mit einem Border-Bottom-Befehl erstellt. Also die untere Seite wird mit einer Linie versehen, mit einer gepunkteten, nur bei dem letzten eben nicht. Und das wird normalerweise nicht gemacht, aber ich zeige euch, wie man das ohne großen Programmieraufwand herstellen kann. Dass sozusagen das letzte Element eben keine gepunktete Linie hat, obwohl es alles über den gleichen CSS-Code definiert wird. Gut, das ist das, was auf euch zukommt und am besten fangen wir dann gleich damit an. Also das erste, was ihr euch anlegen solltet oder anlegen müsst, ist hier oben im Kopf ein Inline-Style, sondern ein Style-Element, mit dem oder in das wir dann unsere ganzen verschiedenen Styles reinschreiben für die Listen. Und als allererstes legen wir uns mal für, und dann ist das Video, denke ich, lang genug, legen wir uns erstmal für die geordnete Liste eine Hintergrundfarbe an. So, ich möchte das nicht für alle geordneten Listen haben, sondern nur für eine bestimmte geordnete Liste, die die Klasse 1 bekommt. Und hier lege ich als Hintergrundfarbe Background, Color, Doppelpunkt und dann nehme ich die Farbe Coral, also Koralle. Das ist dieses, naja, etwas bräunliche Pink. So, für die Vordergrundfarbe nehme ich dann Maroon aus so einem maronenbraun, das ist ein rötliches braun und als Abstand nehme ich 10 Pixel für den Innenabstand. So, und das reicht auch erstmal für dieses Mal. Jetzt muss ich der geordneten Liste noch die Klasse zuweisen, sonst sehe ich nichts. So, und ich lege hier Class gleich 1 an. Dann kann ich das Ganze abspeichern, kann in meine Liste hineingehen, also in mein Programm, Webseite, ja, Webseite, so, und lade das. Und ihr seht, naja, also im Gegensatz zu dem, was hier passiert, ist das noch alles relativ unschön. Gut, aber das bekommen wir dann in der nächsten Folge. Ich hoffe, euch hat diese Folge gefallen. Ihr seid gespannt jetzt darauf, was mit den Listen noch weiter passiert. So dürft ihr auch, weil das ist eine echt schicke Sache. Wenn euch das Video gefallen hat, dann drückt mir bitte einen Daumen hoch und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder.